Oh, guck mal, das passt aber gar nicht hier. Ach, guck mal, ja, die kaufen wir auf keinen Fall. Warum denn? Weil wir die nicht kaufen. Weil wir die nicht kaufen, weil das Schnullifax ist. Ja, das kannst du da aber nicht alle hinten stehen. Ich guck mal, hier ist die Bimmelbahn wieder hier, guck. Die fährt hinter, bis hinten, bis hinten an, da fahren wir dann mit, mit der Bimmelbahn. Mach bitte nicht mehr das Tassengeschäft hier. Bleib doch mal da. Hast du gefurzt? Was? Hast du gefurzt? Nein. Gibt es dir mal selber. Wo hast du gefurzt? Dcription. Ich habe Angst. Und wenn du das glaube ich... Jungs mich hätte nie bleiben lassen.